Hi, herzlich willkommen zu einem Urlaubsvideo von Kuba. Wir spielen heute nämlich, ich packe mal den Koffer. Ja, heute das Thema, wir fahren in den Urlaub, was nehmen wir denn alles mit? Und zwar wurden wir angeschrieben von jemandem, der unsere Videos regelmäßig guckt offensichtlich. Und was wir denn so, ob es ein Video von uns gibt, was wir so mit in den Urlaub nehmen. Gibt es nicht, soweit ich weiß. Es gibt zwar Urlaubsvideos von uns, Bayerischer Wald. Kroatien. Sonnige Grüße aus Kroatien. Wir sind hier im Urlaub. Sind jetzt schon fünf Tage da und ich erzähle euch jetzt mal, wie wir das so machen in Kroatien. Auf was man so ein bisschen aufpassen muss und wie es Kuba damit geht. So, auch hier, ihr seht es nicht unbedingt barrierefrei. Also, für Hundehalter mit körperlicher Beeinträchtigung ist dieser Strand und dieser Aufgang zumindest nicht unbedingt zu empfehlen. Wir verlinken euch die. Falls Interesse besteht, könnt ihr nachgucken. Genau. So, und da das Video ja fast wegen langweilig wäre, wenn wir jetzt einfach nur hier das und das und das nehmen wir mit, hat die Kimi, die Urlaubsbeauftragte, schon die Tasche gepackt. Und ich werde jetzt quasi auspacken und mal gucken, was die Kimi so eingepackt hat. Machen wir es mal andersrum. Genau. Deswegen, ich packe meinen Koffer. In dem Fall, ich packe den Koffer wieder aus. Viel Spaß. Genau. Also, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Das ist eine Tasche übrigens von Amazon, soweit ich weiß. Unbezahle Werbung in dem Fall. Ist ganz cool, ist ganz robust. Basta Haufen Zeug rein. Link können wir euch unten mal reinpacken. Dann können wir mal gucken. So, wir fangen außen an. Wir haben natürlich immer einen Trinknapf dabei. Da ist nichts drin, würde aber eine Wasserflasche reinpassen. Trinknapf haben wir eigentlich immer dabei. Egal, wo es hingeht. Ähm, ja. Ist, ja, Standardprogramm einfach. Genau. So, dann haben wir außen offensichtlich Beauty-Programm. Vaseline. Für Pfoten und Nase, nehme ich mal an. Wobei es für die Nase, glaube ich, besseres Zeug gibt wie Vaseline. Wundspray. Wir haben auch einen Tropfen. Wir haben natürlich Ohrentropfen. Wir haben Zahnpflege-Fingerpads. Ähm, die haben wir aber nur dabei, weil wir sie haben. Also, wer sie nicht hat, ich würde sie nicht unbedingt kaufen. Extra für den Urlaub, meine ich. Ähm, eine Binde für einen Notfall. Wobei, im Zweifelsfall, wenn es soweit ist, tut es auch der Verbandskasten aus dem Auto. Ähm, also, und daher ist das okay für mich. Hat die Chemie gut gemacht. Da fällt die Hälfte schon wieder raus. Also, das ist jetzt, wie gesagt, alles, alles, ja, nichts, was wir jetzt extra gekauft haben vom Urlaub, sondern Sachen, die wir sowieso nutzen. Täglich, wöchentlich, mehrwöchentlich. Ähm, und so geht es dann einfach mit. Wie gesagt, nutzen wir sowieso. So, was haben wir noch Tolles? Ja, ähm, da haben wir mal so ein Werbegeschenk gekriegt von Yosera. Ähm, das haben wir auch schon ewig. Ähm, und, ja, ist eigentlich auch, ist, glaube ich, gar nicht mehr vollständig, oder Kim? Ich weiß gar nicht mehr genau. Was, da ist nichts zu fressen drin, Knups. Kannst du mal gucken, da ist nichts zu fressen drin. Aber was ist drin? Ähm, ein paar Pflasters sind drin. Ähm, ein Tape ist drin für einen Notfall. Und das war's. Eigentlich. Ach nee, hier sind noch so Kompressen, oder? Ja, genau. Das ist ein Fick, das. Nasszupfer. Für die Hände. Ähm, so eine 0815. Zeckenzange soll das wohl sein. Offensichtlich. Genau. Also, wie gesagt, ist ein Werbegeschenk. Nimmt nicht viel Platz weg. Da ist ein Pflaster drin. Ähm, ist jetzt auch, ich sag mal, hier erste Hilfe für uns vielleicht auch, Ein Pflaster oder sowas. Genau. Das ist hier oben drin. Was hat sie ja noch? Hier versteckt. Kotbeutel natürlich, ganz klar. Eine richtige Zeckenzange ist dabei. Auch wichtig, hier, Wattestäbchen, für die Nasenfalte, schätze ich mal. Jawohl. Heimtierausweis, klar, Zwecks, hier, ähm, Impfung und so, ist tatsächlich relativ wichtig, im Zweifelsfall, weil du bestimmt, ne, ist doch nicht, ist das nicht sogar so? Also, ich glaub, Frankreich oder so, Italien, ich weiß gar nicht genau, irgendwo, ähm, natürlich ist es einmal so, dieses, er gehört auch mir, also wir haben, glaub ich, damals im Ausland sogar, eine Kopie vom Kaufvertrag dabei, kam, kann das sein, ja, genau, ähm, einfach nur, ja, ob man das braucht oder nicht, einfach so zur Sicherheit, guck mal, da ist der Kaufvertrag, das ist unser Hund und so, und eben der Heimtierausweis, um das Ganze noch so ein bisschen zu bestätigen, beziehungsweise, ähm, Tollwutimpfung nachzuweisen, weil teilweise darfst du nämlich nur einreisen, wenn der Hund Tollwut hat, wenn sie dich kontrollieren, und wenn sie sehen, dass du einen Hund dabei hast. Uns haben sie damals nie kontrolliert, von daher haben sie auch nicht gesehen, dass wir einen Hund dabei haben. Alles halb so wild, aber im Zweifelsfall, ähm, brauchst du dann, einen Ausweis, um das eben zu verifizieren, dass dein Hund geimpft ist. Wo wir beim Thema wären, wir haben den Hund damals für Kroatien oder Frankreich impfen lassen. Gegen, gegen, leck mich nicht, gegen, was haben wir denn impfen lassen? Gegen Stechmücken, Sandmücken, Meermücken, irgendwie sowas. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Einfacher Tipp von mir, falls ihr ins Ausland fahren solltet mit eurem Hund, einfach mal beim Tierarzt nachfragen, was brauchen wir für Impfung? Und gegebenenfalls impfen lassen. Und wenn es geht, nicht erst eine Woche vor dem Reiseantritt. So, also dann haben wir das Fach oben geklärt. Hält das? Natürlich hält es nicht. So, eine Decke ist klar, also wir haben mindestens eine Decke dabei, für das Auto, für Restaurantbesuch, für den Biergarten, für alles eigentlich. Der Kuba tut sich einfach leichter, wenn er eine Decke hat, wo er sich drauflegen kann, kommt das an der Decke und dann kann der da drauf und bleibt da auch liegen. Was natürlich nicht fehlen darf, ein Spielzeug, das mal gequietscht hat. Das hat mal gequietscht. Ganz wichtig, der Wautz, der muss mit. Wo machen wir weiter? Da machen wir weiter. Oh, Entschuldigung. Wo wir wieder bei der unbezahlten Werbung wären. Das sind Reisernäpfe von Wolters in dem Fall. Da gibt es auch einen Deckel zu, dass man die verschließen kann, also wenn man was mitnehmen muss, also nicht jetzt so, wie in dem Fall, quasi ineinandergestülpst und rein, sondern da gibt es extra noch einen Behälter dafür, mit Deckel obendrauf und so. Ja, ich habe mir das damals gekauft, ich weiß gar nicht, für Fasching oder so. Ich habe eigentlich nur den Behälter gebraucht und dann war die Dinger jetzt da. Also Reisernäpfe sind auch mit am Start. Was natürlich nicht fehlen darf, ist Klicker und der Leckerli-Beutel. Ganz wichtig, für, wenn du mal trainieren willst im Urlaub, im Garten, auf der Terrasse oder was auch immer man hingeht, darf auch nicht fehlen. Da ist jetzt noch, naja gut, das ist einfach noch drin, weil es in der Tasche drin ist, das ist ein Beutel für Futter. Der ist tatsächlich innen drin, quasi zum Abwaschen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man den auf links dreht, vielleicht auch richtig sauber machen können für Nassfutter, ich weiß es nicht, wir packen auf jeden Fall nur Trockenfutter rein und das funktioniert super, also auch wenn wir jetzt bei Kimis Eltern sind oder so, kommt da die Ration rein, kommt in die Tasche rein und gut ist, das hält frisch, das ist sauber, funktioniert einwandfrei. Na gut, da ist der Dreikurt noch drin. So, machen wir die Seite wieder rein. Also ihr seht jetzt alles überlebensnotwendige Geschichten, was wir hier mitnehmen. Ja und dann ist da noch ein Napf drin, der original verpackt noch da drin ist. Ja, Flexi kommt mit, ganz wichtig, zumindest für uns. Ich bin kein Freund von der Flexi-Leine fürs Training und so, aber, keine Ahnung, wandern im Bayerischen Wald ist damit einfach deutlich angenehmer, weil du hast keine Schleppleine, die auf dem Boden rumliegt, du musst da wieder einsammeln, nix. Also von daher, für diesen Zweck, Flexi-Leine, super. Natürlich gibt es auch die kurze Leine, sprich, die 2 Meter, was ist die 2 Meter? Ich weiß gar nicht, 1,50 Meter wahrscheinlich, Führerleine. Wir machen das sehr gerne, auch wenn wir hier bei uns spazieren laufen, dass wir Flexi nehmen für außerhalb der Ortschaft und die normale Leine für in der Ortschaft. Meistens, oder relativ oft, gibt es auch Geschirr und Halsband. Das heißt, außerhalb hänge ich ihn am Geschirr und der Flexi hin und innerhalb kommen dann quasi ans Halsband und der Führerleine hin. Ganz einfach, damit er, das haben wir am Anfang verpasst, aber ganz einfach, dass er ja, den Unterschied so ein bisschen mitkriegt. Am Geschirr hast du lange Leine, darfst auch mal ziehen und sowas, aber am Halsband, kurze Leine, bist du bitte bei mir. Das ist der Hintergrund. Wir haben natürlich Lägerchen dabei, je nachdem, wie lange wir wegbleiben. Reicht so ein bisschen? Oder nicht? Hast du da Bock drauf? Sind das so welche, die kenne ich noch gar nicht. Sind die toll? Ja, sehr gut. Du hast Glück, dass wir ab und zu mal drehen, das ist so, aber auch mal, das kriegst du. Ammerhund. So, was natürlich zum Thema Leine, das ist das Halsband eben, da haben wir so ein Zugstopp-Halsband, relativ breit, finde ich ganz cool, weil, einfach aus dem Grund, das ist einfach drüber fertig. Solange er nichts tut, hier ist genügend Platz, wenn er mal zieht oder so oder wenn er mal mit soll oder keine Ahnung, dann zieht sich das zu, bis zu dem Zugstopp eben, dann passen nur noch zwei bis drei Finger hier oben durch. Das heißt, es ist sicher über den Kopf und das schnürt aber nicht ab. Das ist so der Hintergrund an der ganzen Geschichte, es muss sicher sein, es ist schön breit, auch wenn er mal in die Leine springt und so, dass da kehlkopfmäßig und so was und Nacken und so und nichts passiert, deswegen so breit. Es ist schön locker, wenn er nicht zieht, also da passt fast mein Arm noch mit durch, wenn ich wollen würde und wenn er mal zieht oder wenn ich ihn mal mitziehen muss oder irgendwie so was, wenn die Situation so brenzlig wird, dann zieht sich das zu. Er ist nicht stranguliert, aber das Ding hält fest. Und natürlich darf das Ausgeh-Halsband und die Ausgeh-Leine nicht fehlen. Hier schön Echtleder-Führerleine und das, ich sage immer, Sadomaso-Halsband von der Chimera-Ella, das er geschenkt kriegt hat. Das Ding hat keine Ahnung, fühlt irgendwie zwei Kilo, ist sau breit, schaut geil aus, war aber, soweit ich weiß, kracht teuer und hätte ich so auch nicht gekauft, aber gut, jetzt hat er es, schaut gut aus, Dankeschön. Ja, also das waren, ich sage mal, die Standard-Utensilien, die wir eigentlich immer mitnehmen, egal, also mehr oder minder, egal, ob wir jetzt übers Wochenende zur Chimera-Ella fahren oder zu meinen Eltern, die Videosprengerkat, das wäre da, oder tatsächlich in den Urlaub fahren. Viel mehr braucht es, meiner Meinung nach, nicht, es ist eigentlich alles dabei, was du für den, für Daily-Business, tägliches Geschäft brauchst, wo ihr aufpassen müsst, natürlich, wenn ihr euren Hund barft, dementsprechend, ja, Kühlbox oder, also Kühlbox für die Fahrt auf jeden Fall und dementsprechend dann Kühlschrank, Kühltruhe vor Ort, wobei ich jetzt bei Barf nicht so die Erfahrung habe, aber es ist ja einfach, es ist ja, entweder ist es gefroren oder es ist frisch und daher wäre es schon gut, wenn die Kühlkette ja quasi nicht unterbrochen werden würde, von daher, ich weiß nicht, wie es die BAFA machen, mal in die Kommentare bitte, was macht ihr denn, wenn ihr in den Urlaub fahrt, zwei Wochen Italien oder so oder zwei Wochen Kroatien, ich weiß nicht, also ich denke mal, das sind alles so Ziele, ja, die man, sagen wir mal, verantworten kann mit dem Hund, sowohl fahrzeittechnisch als auch temperaturtechnisch, ich meine klar, dass er natürlich in Frankreich und Kroatien und Italien und so bei 40 Grad im Schatten, wenn man da hinfahren möchte oder muss, wie auch immer, mit seinem Hund und er mitnehmen muss oder möchte, dass man da keine großen Touren machen kann, ist, denke ich, klar, zumindest für die überwiegende Anzahl der französischen Bulldoggen und wahrscheinlich in den Ländern geht es auch anderen Rassen genauso, egal ob kurze oder lange Nase oder kurze, lange Beine, das ist, glaube ich, verständlich bei 35, 40 Grad im Schatten, dass da auch ein Hund nicht mehr unbedingt viel mehr machen möge, genau, so, ich schweib's wieder ab, also, das sind die Sachen, die wir mitnehmen, Flexileine, Führerleine, Ausgeleine, Ausgehaltsband, Ausge, nicht Ausgehaltsband, Decke, Leckerchen, ganz, also Leckerchen sind eigentlich immer dabei, egal, ob wir es Wochenende lang wohin gehen, in der Woche oder zwei Wochen, die Leckerchen sind immer dabei, dementsprechend ist auch überwiegend meistens so ein Fütterchenbeutel dabei, das ist aber meistens für die Kim, ich packe mir die Leckerchen einfach in die Tasche, ich bin da nicht so, genau, bei den Medikamenten, wenn euer Hund Medikamente nehmen muss, müsst ihr natürlich gucken, wie werden die transportiert und so weiter, vergesst die bitte nicht, guckt auch, ob die reichen, wenn ihr, je nachdem, wie lange ihr fahrt und wie viel ihr nehmen muss, das bringt nichts, wenn ihr nach drei Tagen keine Medikamente mehr habt und ihr aber noch zwei Wochen im Urlaub seid, das Gleiche ist natürlich für den Futter, Trockenfutter, rechnet euch aus, grob, eher mehrgerechnet wie zu wenig, was frisst der Hund am Tag, wie lange sind wir unterwegs, wie viel muss ich mitnehmen und dann mache ich es eigentlich so, noch mal mindestens zwei bis drei Portionen mehr, weil du bist auch im Urlaub, da wird halt nicht abgewogen, da wird halt freie Schnauze irgendwie das Trockenfutter reingeschüttet und am Schluss fehlen drei Portionen, das ist ein wenig doof, deswegen, ja, nicht geizen und für die ganz Faulen, die während des Urlaubs oder auch daheim nicht messen wollen, bei unserem Futter, was wir füttern, Trockenfutter, kann man immer so einen Becher mitbestellen und da musst du gar nichts wiegen, sondern mach es einfach nur voll, dass die Grammern zahlen nämlich drauf, auch sehr easy, genau, also ja, also Futter, ausreichend Futter mitnehmen, ausreichend Medikamente, Tabletten mitnehmen, wenn er die nehmen muss, Impfausweis, gucken, ob alle Impfungen aktuell sind und noch aktiv sind, nachfragen, was braucht der Hund eventuell für das jeweilige Land, ist irgendwas angesagt, und ich meine damals bei Italien oder bei Italien waren wir gar nicht, Kroatien oder Frankreich, ich meine es war Frankreich, hat er doch auch noch so Tropfen auf den Rücken gekriegt, also der wurde geimpft auf jeden Fall und hat Tropfen gekriegt, gegen irgendwas, also falls ihr nach Frankreich wollt oder Kroatien, nachfragen und generell eh immer nachfragen, also auch wenn ein Nordsee oder Ostsee hochgeht oder Sylt, was ja ähnlich ist, die gleiche Richtung, oder Holland oder sowas, fragt einfach kurz nach, anrufen, schreibt dem Arzt eine Mail, viel geht auch darüber, das ist halt auf der sicheren Seite, ansonsten ja, wie gesagt, viel mehr haben wir nicht, was wir mitnehmen, speziell für den Hund, früher haben wir eine eigene Wäschewanne mitgenommen, für den Hund, da war zig Spielzeug drin, da waren zig Leckerchen drin, da waren zig Leinen und Halsbänder drin, weil wir ja auch nicht immer dasselbe haben und so, absoluter Quatsch, ja wie gesagt, die Kim hat die, hat die Tasche gekauft, das ist jetzt mal Werbung in, ja, kostlose Werbung, weil sie einfach gut ist und eigentlich auch stabil, du hast hier auch so Abtrenner drin, wo du quasi, ja, die Taschen nochmal abtrennen kannst, zwischendrin, da passt ein Haufen Zeugs rein, inklusive Flasche hier und hier ist auch noch Platz, also, das funktioniert wirklich ganz gut, ist dementsprechend, ja, auch mit, 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 mit einem hier kurz dran, zum Umhängen und so weiter, also da passt einiges rein, alles was wir brauchen, ja, mehr nehmen wir nicht mit, oder Knups? Haben wir was vergessen? Nö. Ja, und ganz wichtig ist natürlich, ganz, ganz, ganz wichtig, ihr dürft, ihr dürft, ihr dürft die Tasche nie ganz voll packen, damit ihr das Spielzeug und so, was ihr im Urlaub kauft, auch wieder mit heimkriegt, ne, ganz wichtig, wenn er es nicht gleich im Urlaub zerlegt, ja, ansonsten fällt mir tatsächlich nichts mehr ein, ähm, falls ich was vergessen habe, schreibt es in die Kommentare, also, was heißt vergessen habe, also, es gibt Leute, wenn ich auf Facebook unterwegs bin, und jetzt ist wieder Urlaubszeit und so, die haben eine ganze Schwadde an Liste, was die mitnehmen an Notfallmedikamenten und hast du nicht gesehen, da muss ich sagen, bin ich der Typ zu, also, ich nehme quasi fast nichts mit, also das, was ich gesehen habe mit dem Wunschspray und so, im Verband ist schon das allerhöchste der Gefühle, ähm, wenn es passiert, passiert es, dann ist es halt so, dann geht man halt zum Arzt, oder plündert den, ähm, Erste-Hilfe-Koffer vom Auto, dann wird einem auch geholfen, und alles mehr oder minder, was das abdeckt, musst du eh in die Klinik oder zum Arzt und so, von daher, das sehe ich sehr, dem sehe ich sehr easy entgegen, wir haben, denke ich, alles dabei, was wir brauchen, und könnten eigentlich los, wo fahren wir hin, wo fahrt ihr hin, diesen Sommer, ähm, ja, schreibt es in die Kommentare, auch, falls ich was vergessen habe, schreibt es in die Kommentare, was ihr unbedingt noch mitnehmt für den Urlaub, ähm, wie gesagt, das war ein Video auf, auf, ja, Follower-Wunsch, hier ist es, ich hoffe, dir gefällt es, ich hoffe, es hat dir geholfen, und euch allen anderen auch, ja, und wenn ihr eine Idee habt, äh, für ein Thema, als Header mit, schreibt es in die Kommentare, schreibt mich auf WhatsApp an, schreibt mich auf Facebook an, schreibt mich auf Insta an, uns auf Insta in dem Fall, alles kein Problem, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, ähm, ich wünsche euch schöne Ferien, wenn es denn so weit ist, das dauert nichts mehr so lang, ich glaube jetzt, irgendwie noch vier Wochen oder so, drei Wochen, irgendwie sowas, habt Spaß, passt euch auf, bis zum nächsten Mal, ciao.